Heute aus einem Verbandshauptquartier, nämlich dem des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungswasser- und Rohstoffwirtschaft. Und neben mir ist der Präsident dieses Verbandes oder wie er selbst manchmal selbstironisch sich gern bezeichnet, der Präsident des Deutschen Mülls, Peter Korth. Schönen guten Tag. Herr Korth, es geht ja bei uns um Verwahrlosung des öffentlichen Raumes. Täuscht unser Eindruck oder wird der öffentliche Raum generell schmutziger? Haben wir ein Müllproblem in Deutschland und auch in Berlin? Die Abfallmenge in Deutschland steigt nicht, aber die subjektive Einschätzung der Bevölkerung, unsere Städte sind schmutziger, die kann ich bestätigen. Wenn Sie Berlin mit diesen anderen Städten vergleichen in Bezug auf die Sauberkeit oder vielleicht auch umgekehrt in Bezug auf die Verschmutzung und Verwahrlosung, wo stehen wir da? Was die Verschmutzung des öffentlichen Straßenlandes mal anschaut, glaube ich, ist Berlin nicht in der Spitzengruppe zu sehen. Das heißt, wir haben eher etwas schmutzigere Straßen als in anderen Städten. Das hat ein bisschen zu tun, dass in anderen Städten scheint mir der gesellschaftliche Druck auch noch ein bisschen anders ist. Da macht man das einfach nicht, seinen Kaffeebecher auf die Straße zu pfeffern. In Berlin ist die Bevölkerung da, aus welchen Gründen auch immer, etwas toleranter, schmerzerprobter, wie Sie es auch immer wollen. Und mein Eindruck ist auch, dass in Berlin die Verschmutzung des Straßenlandes im Grunde keine nennenswerten Konsequenzen hat, was beispielsweise Bußgelder angeht, was ja im Katalog der Ordnungswidrigkeiten durchaus vorgesehen ist, aber in Berlin nicht angewandt wird. Das ist mein Eindruck. Peter Kurth, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft. Sehr herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Und das war unser Videopodcast für heute. Bis zum nächsten Mal.